liebe freunde und jetzt willkommen bei einer neuen folge von tdt heute auf terminal mit allen die ihr sonst wo kennt hallo hallo ist peter auch dabei ja ne peter nicht sepp ist es ja ich jump neben dem schießend durch ein fenster und er sagt hier schießt da war ne taube da war ne taube irgendjemand wurde gerade wirklich umgebracht wer denn wenn du aufs gobert guckst wer fehlt in action wer fehlt der lag übrigens direkt neben sepp möchte ich mal kurz anmerken hier war ja auch nebel ich habe doch gesagt hier ist eine taube okay christian hat eine frage oder daloo der auf dem dach steht darüber ich werde von christian beschossen vielleicht auch schon dann guck mich wenn christian das ist und peter nicht dann ist einer von bram oder selbst der andere oder du richtig ja ist aber ich werde ich jetzt peter ich werde aber aufgeschossen also hilf mir jetzt also sepp oder bram sepp dann ziemlich sicher glaube ich okay what the fuck war das ich weiß selber nicht was das war was war der probentwickler bram ey du hast doch gecallt ja ich weiß dass ich gecallt habe warum schießt du denn dann nicht direkt auf ihn ja weil wenn das dann falsch gewesen hätte ich gesagt random kill wenn es richtig gewesen hätte ich auch gewissen nein das ist kein random kill das kann man doch immer legit die bramse Theorie ist legit aber jetzt kann das schon nicht mehr funktionieren jay also jetzt wenn du erklärt hast kann es nicht mehr gehen ja ok vielleicht wenn das jetzt direkt wieder passiert aber wenn das in der nächsten folge bei nach zwei wochen wieder passiert ja das ist legit die scheiße das stimmt da achtet keiner drauf wo drauf ist halt einfach so und ich reg mich halt immer darüber auf wo drauf wenn ich abgeschossen werde oder angeschossen werde dann bin ich halt einfach immer über agg aber die thomas hat richtig genau an sepp vorbeigeflogen und hat zum glück nur jay getroffen ich hab erst gedacht ich mach beide weg erstmal sicherheitshalber schon mal einen weg haben ja schon mal für das eigene gute gefühl ja ja bei jay dachte ich mir so ab komm ich schreibe zu gut wer schießt da Peter 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 Wer schießt da Dalu hat jemand geschossen Away ja Dalu hat auf mich geschossen das gelogen ja das ist gelogen oh da können wir mal ganz rein wer schießt Ich hab davor angekündigt, dass ich dich fester wegmache. Du hast weh'n? Du hast richtig weggeflogen, war mega nice. Du bist hier gekehrt worden, alles gut. Ja, weil ich mich ja noch schnell unverwundbar gemacht hab. Der Problem ist, das ist wahr, oder? Das ist wahr! Da, du bist wirklich unverwundbar, der Lucha! Nein, jetzt lass' lebe. Fram, wenn du jetzt hier hochkommst, knall ich dich ab. Ja, ich komm' jetzt da hoch, du bist... Du kommst jetzt hier nicht hoch, okay, Mann. Du bist da hoch, du bist immer noch unverwundbar! Du warst, du bist gerade unverwundbar, ich hab auf dich geschossen, ne? Hör doch auf, du machst einen Fehler, ey. Ich bin der Lust, ey. Ja, ich auch. Wieso warst du denn unverwundbar? Du hast mich nur nicht getroffen. Nein, das kann gar nicht sein, dass ich dich nicht getroffen hab. Boah, wie der Dalu wegrennt, ey. Dann haben wir mit drei Mann hier oben, als haben wir das übernommen, Dalu. Ja, haben wir ihn vertrieben. Da, Bram wurde oben erschossen, einer ist auf jeden Fall fest. Ich hab auch Schaden gekriegt. Ja, nein, du stehst hier nicht. Ja, ich hab Bram ganz gut weggeknallt, Alter. Also, wie ein Verset, das stimmt. Oh Gott. Oh. Beide Trailer gemacht, Junge! Beide Trailer! Wieso hast du nicht gemacht? War der andere jetzt? Ah, Sepp war der, okay, schau. Ja, ich hab das sogar gesagt hier, Bram, wo du bist. Du bist unverwundbar, ich weiß das genau. Ich hab dreimal mit der Schruppel auf dich geschossen und der hat nicht einmal Damage bekommen. Hast du sein daneben geschossen? Ja, scheint wohl so. Oder, wir hatten drei Traitoren. Oh mein. Kacke, da war ich, du bist der letzte Trader, so ein Blödsinn, ey. Ja, du ist halt echt der wiedergebrochen. Oh, ich wär fast noch gekillt worden dann. Ja eben, du wärst halt noch gestorben, aber du wärst mich ja zuerst gekillt. Deine Mutter ist der Jamie Lannister. Das dauert aber recht lange, ne? Im Zeitpunkt der Aufnahme ist Jamie Lannister eh schon gestorben. Und als Azor High wiedergeboren. Als High-Roller? Ja, der ist bei Poker-Turnieren, der nämlich auch einfach. Der ist wirklich krass, der Typ. Der ist immer der geile Typ, der die Halle bei mir besetzt. Direkt von der Iron Bank, Alter. Zack. Ich wurd direkt beschossen. Ja, sag mal an, wo du bist und wer das gewesen ist, bitte. Christian war's, Christian hat mich direkt beschossen. Das war ein Versehen. Ja, ich bin 73 runter, direkt bei 0. Das ist auf 0, die Uhr, die Uhr ist auf 0 gegangen und ich hab direkt geschossen und ich weiß nicht, warum seid ihr das? Ja, aber du hast mich direkt auf 75... Ja, auf 0! Christian, Mail Launcher. Hab ich nicht gesehen. Kam im Test nicht an. Ja, hab ich wirklich nicht gesehen. Christian, tot. Sehr gut. Christian, hinter dir! Ist hier ein Hintergrund? Oh Gott, hier sind ja wirklich alle jetzt! Oh, der ist leer. Wie gut hat denn Not, Leute? Also Jay, oder? Ich glaub schon. Der mich auch direkt gedrückt hat. Ach, das gibt es nicht! Der Team ist einfach ein Tier, ey. Ich hab mir ne Sniper genommen und die Uhr läuft runter und ich seh Zap und bei 0 schieß ich auf den und dann bin ich Trailer geworden. Ich wusste nicht, was ich werde. Warum schießt du denn überhaupt auf das? Weiß ich nicht! Keine Ahnung! Das war gar nicht so crazy! Das war ein bisschen dumm. Dann bin ich auch noch Trailer geworden. Ja, ich hab versucht, aber Dalu kam dann. Dalu kam dann. Wenn das Spiel angeguckt, wer von euch da Quatsch macht und da kam Peter direkt zu, ey. So ne Scheiße. Weil du hast dich da so ang... Welche Taste ist überhaupt dieses Schleichendopper? Das hab ich nämlich wieder vergessen. Alt! Rechtsklick! Alt für ne Kacktaste, ey. Alt ist ja wohl voll Quatsch. Das ist bei mir tatsächlich das Schleichendopper. Ja, aber die ist doch immer beim Schleichendopper. Krass! Ey, die Standardtaste sind Schleichendopper. Ich hab Steuerung. Ja, Steuerung ist Ducken. Ja, genau. Die Steuerung ist bei mir Ducken. Ne. 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 Ja, ich mach'n Freund. Ey, warum wird dir so viel geschossen? Okay, Dalu. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Oh nein? Kommt jetzt hier hoch? Ich schub's nicht. Ich geh' jetzt. Walu! Wer ist denn hier oben? Wie bist du... Es gibt doch einen Schleichendopper. Es gibt doch keinen anderen... Moment jetzt. Doch. Kannst du mal über die Kisten gehen? Das hab' ich versucht, aber da kam ich nicht hoch. Oh Gott. Duck-Jump, Junge. Moment. Doch, wie duckt man sich? Ah ok, Dalu Jetzt sind ja alle da oben Boah, jetzt geht die gleiche Party um ab Er zieht gleich hier bestimmt Party ab Da, da, da! Wer wartet? Ich hab einen Trailer, ich hab Jay ist down Kannst du ihn kurz fern? Kann ich gleich machen, ja Ok, Bram ist der andere 360 Melons, go! Bram lebt wieder Kann ich mal bitte ne vernünftige Waffe haben, danke Wo ist unser Peter denn? Unser Peter, oh nein Der Peter, der ist da vorne noch halt irgendwo, denk ich Da vorne noch irgendwo, denk ich Ja, ich bin mir ja auch nicht sicher, ob Peter... Alle Innozenten sind wieder tot, Wahnsinn! Ja Peter, du warst halt auch einfach nicht zur Hilfe Ich hab halt Dalu geglaubt, der den Trailer weggemacht hat War das immer ein Fehler? Dalu kannst du einfach gar nichts mehr trauen Ja, don't trust fucking Dalu Scheiss Mit der Einstellung ist das aber doofe Der mir geht nicht mit Ja, dann hör auf zu lügen Ja, aber er ist doch Trailer, er muss doch lügen Der Peter, der es mitbekommen hat Der hat erst gesagt, wer schießt da? Und dann hat er kurz gewartet Und dann hat er das so krass häufig hintereinander gemacht Ja, klar! Der ist eigentlich schon safe Ja, richtig! Das erste war nämlich dieses Er hat nicht dran gedacht, wer schießt da Trailer Nein, ich hab schon gesagt, wer schießt da Weil ich diese Theorie nicht unterstütze Sondern das einfach lustig ist, wenn ich Saber geschossen hab Ja, aber du hast ja danach noch kurz gewartet Und dann hast du es dann so häufig gesagt, dass es halt verarschend war Nein, fuck you Dalu Du hast es beim ersten Mal Auf damit Auf damit Ja, Sepp Ich schau euch gerade nicht ab Lass das! Wie viel läuft das Fass schießen? Risiko Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Sepp, lass uns beide runtergeballert Ja, lass uns vernünftig sein, Sepp Voll gut, dass wir uns beide runtergeballert haben Ich hab schon weitergekehrt Hat mich denn jetzt angeballert? Der, Bram! Bram kam vor, Bram war oben an der Elevator Wer hat mich denn jetzt hier angeballert? Ich bin hier nur und Sepp ist da vorne Bram hat dir in den Rücken geschossen Peter, Peter würde willkommen gewesen sein Gib nur noch einen Trailer, Bitches! Okay Wer war der andere? Den hab ich gekillt! Dalu! Du tauben Nuss, ey! Ich war mit Sepp beschäftigt Kann nur Jay oder Christian sein Wahrscheinlich, ja Da, da, da kommt der doch schon, Alter Von uns hätte einer durchgezogen Glaub ich auch Ich glaubte das Sepp Ja, aber warum hat Sepp da nicht durchgezogen? Der war in der Vorteilsposition Der hat kaum Leben So ein Bullshit Ja, aber ich auch nicht Wir haben sich beide runtergeschossen Wir haben sich beide runtergeschossen Wir kämpften um die Leiche, Bitches Oh, dann ist ein Jay Stop! Jay! Jay! Jay was? Was? Der ist unten am Häuschen Fake! Das ist Fake! Das ist Fake! Das ist... LOL! Darlin! Wieso warst du unsichtbar? Unsichtbar? Der ist einfach reingekommen, als du gerade den Rech gekillt hast Hast du Bram sogar noch gekillt? Krass! Geil! Weißt du mal, ich stimmere ich den Jay und ich bekomme Christian da durch und schießt mich gleichzeitig ab Achso! Wie geht denn das? Wie geht denn das, wenn die Runde vorbei ist? Du hast mich genau in der Sekunde abgeschossen, glaube ich, wo die Kugeln schon flogen zu Jay Ey, ich frag mich aber, warum hast du... Warum hast du Christian eigentlich einfach so in den Rücken geschossen? Ich hab den nicht einfach in den Rücken geschossen Alter! Ich hab nur auf dein Fenster geschossen und wusste tatsächlich nicht, was der meint Das war auch nicht für Schaden, das war irgendwie nur Situation oder... Ich hab nur so... Arsch! Er kommt da runter, weißt du, einfach so die Shotgun, bumm, auf Christian und so... Alles klar, was verdammt Und dann dachte ich mir, bevor ich das jetzt erklär... Sag ich lieber nix Das sah lustig aus Hallo! Dalu tot? Ach, schade Ich muss mir mal Dalu-Movement angewöhnen Wer schießt da? Was ist denn Dalu's Movement? Das war ne verarschende Einfach die Eifer-Leertaste die ganze Zeit spam Das war ne verarschende Dalu, drückst du noch irgendwelche anderen Tasten dabei eigentlich? Nee, nur Movement KFM, Mönem und BAH Musste noch drücken BAH Hey, wollt mich töten Dann haben wir gerade gemeinsam in die gleiche Richtung Ich hab grad gefragt, ob du da gerade was reingelassen hast Ja, ich werf den Sisko da hoch Sebastian und bin selber da vorn Soll ich den Pfeil gelassen haben? Nee, das ist ja erst, dass du eine Kumpelichter kombassen willst Ja, oder was von der anderen Seite Dann kann ja nix Gutes werden Ja, ja, da du Jason Wie der Ringel Ringel Reihe, ey Wer schießt denn da im Walde? Ja, jetzt treff ich den Pfeil Nein, Peter Das ist ja überraschend Irgendwann wird der gleich schießen Oh, guck mal, jetzt sei weg Ich häng fest Ah Wer schießt da? Das war auch ein verarschendes Wer schießt da Da ist einer gestorben Da weiß einer Bescheid Was hier verarschend ist und was nicht verarschend ist Ja, 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 ja Wir sind immer getötet Wir sind immer getötet Reden doch noch alle Wie soll ich denn getötet haben? Du hast einen gemacht Hey, Traitor Willst du mich eigentlich verarschen, Sebastian? Hey, Traitor? Okay Nein Ey, die reden doch alle Wie soll ich denn eigentlich gemacht haben, du Fotze? Also wenn Jay Wenn Dalu einfach Der ist Traitor Warte, wirklich Lass mich denn erst konform Ja, ja Ich hab da mit drauf geschossen, du Arsch Und der hat Dalu gekehrt mit der Kombasste für den Himmel Der liegt hier unten, glaub ich Ui Peter Was wollt ihr? Kann ja nur Peter und Christian sein Peter, ich würd' ich gerne wegschießen Ginge das? Ja, dann macht das Was sagt ihr beide euch? Leider ginge das nicht Ich glaube nicht, dass Peterchen sich hier zeigen wird Was ist der denn? Da ist einer Was ist das? Geht's jetzt so? Der zieht... Ja, wolltest du noch kurz? Da ist Peter Oh, da ist die Taube daneben geflogen Oh, okay What the fuck? Der ist in die Bibliothek Okay Peter Loll Scheiße Der ist in der Bibliothek Und Sepp läuft einfach geradeaus vorbei Ich dachte, wer meint Er geht rein und lässt sich abknallen Dann macht das Schluss nicht Der ist doch typisch Sepp Weißt du, wie du schonmal vor hast Ja, der ist ja Sepp Darfst du mich schonmal an meinen Post? Geht da rein Tschüss Ja, vielen Dank für's Zuschauen Peter hat eiskalt gewonnen Yes Geht's jetzt Tschüss Und dadurch, dass der Bram noch weggemacht hat Hat Peter noch gewonnen Ja, das hat sich richtig gut angefühlt und dann klick es dann Dann klick es dann Entschuldig es noch Es wird dann es wird dann